Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück im Guados Salam. Seymour will unbedingt mit Juna sprechen und wir gehen da jetzt mal rein und werden herausfinden, was der Typ denn von ihr will. Hallo? Erst hole ich eine Kiste, Moment. Die ist nämlich sehr, sehr gut versteckt. Hi Potion. So. Hi. Bei der Musik fühle ich mich auch nicht wohl. Aber die wird wohl nur so im Spiel sein und nicht gerade da in der Realität. Aha. Aha, aha, aha. Aha. Er ist also kein ganzer Guado. Ich auch nicht. Shh. Ah, Juna ist ja auch halb Albed. Ich weiß nicht, was so schön schmeckt. Hm, vielleicht finden wir es gleich raus. Ja, hier, ich bin ganz nah bei ihr. Okay. Wir haben jetzt mit allen geredet. Diesen Weg, bitte. Die Musik ist so bedrohlich. Das mag mir nicht gefallen. Ich gehe dann mal hinterher, ne? Ich gehe in Form, Lord Seymour. Bitte warte hier. Okay. Wow, ist das viel Essen. Om nom nom nom. Lecker, lecker. Ja. Ja. Es gibt kein Tempel hier in Guadalaslam, Sie. Summoner's usually just pass through on their way elsewhere. Also, wie. Ja. Ich habe nicht sogar eine Frage gestellt und Sie erklären. Sie lieber ich nichts sagen, dann? Nein, nein. Vielleicht Sie endlich glauben, dass ich nichts über Spira. Und vielleicht das bedeutet, dass Sie mir glauben, dass Sie auch über Zanarkin? Gut, und was sagst du? Gut, und was sagst du? Aber da ist so viel Essen. Ja, sie haut schon rein. Du hast jetzt aber was gesagt. Okay, ich lasse es ja. Hey, Yuna. Armes. Truly, it is good to have guests again. Since Lord Jiskel passed away, these halls have been too quiet. The death of Lord Jiskel was a great loss for all of Spira. Was this Maester Jiskel really such a great guy? He brought the teachings of Yevon to the Guado. He was truly a great man. Truly a loss for us all. But now, a new leader, Lord Seymour, has come before us. Lord Seymour is the child of a Guado and a human. He will be the tie that binds our two races together. Now we have to go. We have to go. We have to go. We have to go. Willkommen! Willkommen! Sie wollen mich sehen? Bitte machen Sie sich zu Hause. Keine rushen. Bitte halten Sie das kurz. Yuna muss rushen. Entschuldigung. Es ist ein lange Zeit, seit ich hatte guests. Frau Yuna, diese Seite. Diese Sphäre ist eine Reconstruction, created from the thoughts of the dead that wander the Father. Zanarkin? Correct. Zanarkin. As it looked one thousand years ago. The Great and Wonderous Machina City, Zanarkin. She once lived in this metropolis. She who? Frau Unaleska! She was the first person to defeat Sin and save the world from its ravages. And you have inherited her name. It was my father who named me. Lord Braska was entrusting you with a great task. He wanted you to face Sin as Lady Unaleska did. However, Lady Unaleska did not save the world alone. To defeat the undefeatable Sin, it took an unbreakable bond of love. Of the kind that binds two hearts for eternity. Sigh. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ging da jetzt ab? Ah, die Szene war doch mal wunderschön, ne? Ah, die Szene war doch mal wunderschön. Sie wissen, was Yuna muss tun. Natürlich. Frau Yuna, nein, alle Summonerinnen, sind verabschiedet mit der Frieden zu Spira. Aber das bedeutet mehr als nur die Verletzung. Sie muss die Sufferung der all Spira. Sie muss eine Leiter für die Menschen sein. Ich habe von Frau Yuna vorgelegt, als Maester von Yevon. Spira ist kein Spielhaus. Eine Momentdiversion kann einen Zuschauer nicht bemerken, aber es verändert nichts. Auch so müssen die Aktoren ihre Parten spielen. Ich bin voll Auryns Meinung. Es gibt keine Möglichkeit, sofort zu antworten. Bitte, überrascht es. Wir werden so machen, dann. Wir gehen. Frau Yuna, ich erwarte Ihre Aufmerksamkeit. Warum Sie noch hier sind, Herr? Aha. Oh, Tidus! Ah! Das war eine echt seltsame Anmerkung von Seymour. Ah, was genau er damit meinte, sollen wir bald erfahren. Gut! Ähm, hi! Yuna, die High Summoner. Seymour, die Leiter der Gwado. Mariert in the name of Yevon. Overcoming the barriers of race. It would give Spira something cheery to talk about for a change. Sounds just like a passing daydream, like Auron says. Ehm. Haha. Ja, wir werden mit dem Pilgrimation. Ich meine, ein Briechen? Hm. Jealous? Haha. Was? Ja, keine Ahnung. Wir müssen uns die Sinnen. Romanz kann warten. Du hast bestimmt eine gute Zeit für uns. Vielleicht ist eine gute Zeit für uns. Vielleicht ist eine gute Zeit. Für die Leute. Vielleicht sollte ich das, was ich kann. Ich habe nie gedacht, dass ich so etwas wie das. Aber ich werde nicht antworten, bis ich weiß, was richtig ist. Wirklich? Wie Braska vor dir. Ich musste mich nicht antworten. Was ist da, was zu denken? Ich gehe zum Farplane. Ich werde meinen Vater sehen und denken darüber. Geh, wir sind direkt hinter dir. Ich habe gefragt, warum hat sich niemand von den anderen gefragt, Yuna. Sie liebst Seymour? Sie möchtest ihn sogar? Sie möchtest ihn sogar? Das ist ja auch noch ein schöner Zusatz, der nicht mit übersetzt wurde. Und wir gehen jetzt erstmal ins Abyssum. Und hier ist ganz fies eine Kiste versteckt. Blitzkugel. Achtmal. Finde ich super. Finde ich super. Soll diese Farplane. Wenn jemand stirbt, ein Summoner sie zu dem Farplane, richtig? Also ihre Säule, oder was auch sie sind. Sie gehen zum Farplane, richtig? Aber das ist das Farplane, wir gehen, richtig? Und Yuna ist da auch da? Die Menschen dort leben, oder was? Was ein Widerspruch. Leben dort die Toten. Tod leben? Interessant. Wie? 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 ... Untertitelung des ZDF, 2020 What the? Hammer. Einfach nur der Hammer. Einfach nur der Hammer. Aber ich konnte nicht mehr über Yuna denken. Ihr Eltern, sie sind so glücklich zusammen. Aber es hat mich gefroert, dass vielleicht sie sehen würde, würde Yuna wirklich über Seymours' Proposal machen. Das könnte gut sein. Ich will es mal nicht hoffen. Wie? Ich darf nicht raus! Okay, okay. Dann gehe ich erst mal zu Lulu und Wakka. So, mit dem Schwert ist jetzt etwas passiert. Ausrüstung, Bruderherz. Es hat nämlich sehr viele Abilities dazu bekommen. Oh ja. Also legen wir das mal schnell an für später. Und schauen, was Lulu so macht. Er ist tot. Was? Ach ja. So, zwei Fragen, bevor wir mit Yuna sprechen. Wie seht ihr das? Wie seht ihr das? Wollt ihr erst andere glücklich und zufrieden stellen, anstatt euch selbst? So, wie Seymour sich das denkt, dass er halt das Volk damit glücklich macht, wenn Yuna und Seymour heiraten? Oder ist euch euer eigenes Glück erst mal wichtiger? Und zur zweiten Frage. Wenn es in unserer Welt sowas wie ein Abyssum gäbe, wie das hier, würdet ihr eure Liebsten dort besuchen gehen oder lieber nicht? Weil Orin und Riku sind ja auch draußen geblieben. Mit den Gründen, dass sie lieber ihre Erinnerungen für sich behält und das Vergangene vergangen ist. Wie steht ihr dazu? Und ja, das war's dann für heute und nächstes Mal reden wir mit Yuna. Also bis dann!